Wollen ihr ein Geschenk haben? Assalamu alaikum. Ihr habt so Fragezeichen im Gesicht hier gerade. Assalamu alaikum. Wie gehts euch? Ich weiß nicht, was zu fragen. Bitte schön, frag. Frag doch. Schau mir mal ihre Vorträge an. Guck mal, ich hab jetzt hier so wenig Sachen noch. Wir haben alles schon verteilt, subhanallah. Wir haben jetzt neues Projekt Street Dawa. Das heißt, wir machen zum Beispiel solche DVDs. Guck mal, der hat auch Vogel. Guck mal, der hat auch Vogel. Guck mal, was hat der eben gesagt hat? Der hat gesagt, ich hab noch nie einen. Guck mal, der ist so krass. Ich hab eben gesagt, der Name Vogel, der ist ja voll oft vorhanden. Ich hab noch nie einen anderen gesehen. Der Vogel heißt mir nach. Ja, siehst du jung. Ich hab noch nie so einen Vogel wie dich gesehen. Ach so. Okay, alles klar. Guck mal, wir haben hier zum Beispiel solche DVDs. Und hier zum Beispiel, ihr könnt das auch. Ihr könnt solche Rohlinge kaufen, wenn ihr Lust habt. Könnt ihr euch mit Freunden zusammentun. Und dann schicken wir euch die zu. Und dann geht ihr zu den ganzen Freunden bei euch in der Klasse. Bei euch in der Schule. Ihr habt ja bestimmt viele Nichtmuslime an der Klasse. Und dann schenkt ihr denen was. Damit die Muslime anfangen zu praktizieren. Und die Nichtmuslime. Wie alt seid ihr eigentlich? Ich bin 18. Du bist 18. Und wie sieht das aus mit Kopftuch? Hast du noch nicht, ne? Mensch, alle. Warum fängst du nicht an? Ja. Ne, ich frag ganz ehrlich. Vielleicht kannst du das. Vielleicht hast du ja ne Antwort. Aber du willst bestimmt, oder? Und wer hindert dich? Schule? Ich möchte gerne meine Freundinnen dazu bringen. Aber ich weiß nicht, wie stimmt denen. Guck mal. Guck mal. Super Idee. Guck mal. Ich hab nen Vortrag. Erstmal. Warum trägt die muslimische Frau Kopftuch? Ja. Schreib dir das an. Schreib dir Argumente auf. Dann. Du kannst zum Beispiel von uns DVDs haben. Wenn du die Internetseite kontaktierst. PiaVogel. PiaVogel. At. Info. Punkt. E. Und dann schicken wir dir DVDs. Warum trägt die muslimische Frau Kopftuch? Weißheit des Kopftuchs. Und dann schenkst du dir allen deinen Freundinnen. Ja. Und bei dir? Was hindert dich jetzt noch? Arbeit. Arbeit. Ach, du arbeitest. Ja. Das hab ich. Das hab ich mir auch angeregt. Ja. Aber guck mal. Hast du den Arbeitgeber mal gefragt, ob du Kopfdruck tragen kannst? Ja. Dann such dir andere Arbeit. Ja. Mach du ar. Mach du ar. Such dir andere Arbeit. Aber deine Eltern machen bestimmt Stress. Die sagen, nein, nein. Auf jeden Fall arbeiten. Oder? Man muss irgendwas haben. Klar. Guck mal. Such dir was anderes. Allah wird dir helfen. Aus welchem Land? Aus welchem Land kommst du? Aus keiner. Aus keiner. Deine Eltern sagen dann, du musst auf jeden Fall, du darfst kein Kopftuch tragen, weil du musst ja arbeiten. Das haben meine Eltern auch gesagt. Trotzdem bei ihm. Ja, richtig. Guck mal. Ich sag dir eins. Woher kommst du? Wir kommen aus dem Irak. Irak. Guck mal. Ich sag dir was. Jedermann, der dich sieht ohne Kopftuch, gibt's eine Sünde. Ich sag dir das nicht, weil ich sage, du bist schlechtlos. Auf keinen Fall. Nur ich will dich motivieren. So, jetzt. Wenn du auf der Arbeit drei Stunden bist, wenn du auf der Arbeit drei Stunden bist und dein Iman ist noch zu schwach, dein Iman ist noch zu schwach, wenn du auf der Arbeit jetzt drei Stunden bist oder acht Stunden bist und du trägst kein Kopftuch, kriegst du in dieser Zeit Sünde. was ist besser? Was? Die Sünden auf der Arbeit und außerhalb der Arbeit oder nur auf der Arbeit? Nur auf der Arbeit. Nur auf der Arbeit. Umso weniger Sünden man hat, umso besser. Das heißt, wenn du dann danach Kopftuch trägst und davor, wenn du am Anfang zu, weil es ist auch so, guck mal, ich kann dir nicht sagen, es ist erlaubt für dich auf der Arbeit und den Kopftuch anzuziehen. Aber was ich meine ist, wenn du zu schwach bist, das Kopftuch auf der Arbeit zu tragen und du bist zu schwach noch vom Iman dich dagegen zu stellen, also ich sage dir, vergiss es. Such dir einen anderen Job oder irgendwas anderes. Okay? Das ist das Beste. Aber wenn du das Beste nicht schaffst, weil dir die Kraft noch fehlt, okay, dann versuch das Zweitbeste zu machen. Das Zweitbeste ist, okay, oder das weniger Schlechte ist, du trägst auf der Arbeit kein Kopftuch und danach und davor trägst du ein Kopftuch, weil diese Sünden hast du diese Zeit nicht. Und glaub mir, wenn du das eine Woche machst, eine Woche, sagst du, boah, ich kann das Kopftuch nicht mehr ausziehen. Glaub es mir. Und dann wirst du so viel Power kriegen, dann geht der Iman, wie eine Rakete, bis zur Decke. Ja, ohne Quatsch. Und mach Dua, wirklich, mach dir beide Dua, sag, oh Allah, hilf mir, hilf mir, richtig zu praktizieren. Das ist ganz wichtig, okay? Ja. Du scheinst jetzt traurig zu sein irgendwie, ne? Nein, nein. Okay. Ich bin froh, dass du mir das gesagt hast. Ach so, bist du froh darüber? Und sie tatschen mich krank. Wie bitte? Ja, bei mir war es auch so, ich möchte auch noch das so, ähm, wissen sie auch ich meine. Nikap. Also nicht Nikap, sondern halt so lange. Ja. Aber das geht auch nicht wegen der Schule und danach kommt die Arbeit. Wieso? Ich weiß nicht, weil... Zieh doch an. Sag's. Ja, aber danach ist es doch schlimm, wenn ich spreche, dann doch wegen der Arbeit ausziehen. Guck mal, du bist jetzt 18, so und außerdem auf der Arbeit vielleicht findest du eine andere Arbeit. Guck mal. Allah sagt im Koran. Das heißt, wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und den versorgt er, von wo er es nie erwartet hat. Das heißt, du gibst Allah etwas. Er gibt dir mehr zurück. Glaub es mir. Deswegen, denke nicht an jetzt und wenn nicht dann und fang an. Verstehst du? Fang an und arbeite weiter und versuch das Beste zu geben. Und du weißt ja gar nicht, ob du überhaupt morgen noch lebst. Wer hat dir die Garantie gegeben? Das heißt, mache jetzt das, was du tun kannst. Und lasse jetzt die Sünden, die du lassen kannst. Und fang an. Lass es sein. Oder lass Sünden sein. Versuch die besten Taten zu machen, was du heute kannst besorgen. Das verschiebe ich dir auf morgen. Sag mal auf Deutsch. Der Prophet hat gesagt, Das heißt, wenn du morgen erreicht hast, erwarte nicht den Abend. Wenn du den Abend erreicht hast, erwarte nicht den Morgen. Und nehme von deiner Gesundheit für dein Leben und von deinem Leben für deinen Tod. Von deiner Gesundheit für deine Krankheit und für dein Leben für deinen Tod. Warum von der Gesundheit für die Krankheit? Damit ist gemeint, wenn man krank ist, kann man nicht mehr so gut beten, kann man sich nicht mehr so gut bemühen. Aber wenn du vorher im gesunden Zustand diese Taten gemacht hast, dann schreibt dir Allah dieselben Taten, die du vorher gemacht hast. Zum Beispiel, du betest jeden Tag. Dann auf einmal wirst du krank, du kannst das nicht mehr. Oder du fastest die montags und donnerstags. Plötzlich wirst du krank, du kannst das nicht mehr. Allah schreibt dir dann die Taten trotzdem, als wenn du sie gemacht hättest, weil du sie vorher gemacht hättest. Deswegen gib Gas, fang einfach an und sag zu der ganzen Welt um dich herum, ihr interessiert mich nicht die Bohne, mich interessiert nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wahrlich, mein Gebet und meine Opferin, mein Leben und mein Sterben ist für Allah, den Herrn der Welt. Le Charikala, der hat keinen Partner. Das heißt, für niemanden lebe ich außer ihm. Und ich bin der Erste, der sich Gott ergibt. Sei du die Erste, die Hijab trägt. Sei du die Erste, die von mir aus Nekrab trägt oder was auch immer. Gib Gas, seid ihr auf Gymnasium? Nein, ich habe Abitur. Du hast Abitur. Gehirærана. Drahten. Muchen Muchen Chiru man yamshi Alaa Kedemi Muchen Baasit Al-Majruf Jame'ata Muchen Sahib Al-Achsan Wal-Karami Muchen Ta-Ajurus Lillahi Untertitelung des ZDF, 2020